Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Guten Morgen Trader. Es ist pünktlich um halb neun und wir schauen direkt rein in die Märkte heute in den Euro-Britischen Fund. Wir schauen auf den Nikkei und das Währungspaar Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Aber erst einmal guten Morgen hier allen, die auch live zuschauen. Ich freue mich drüber und wie immer fragen gern rein in die Chats auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Dann kann ich direkt auf Wunschmärkte hier an dieser Stelle mit eingehen. Bevor wir in die Charts reingehen, wie immer natürlich der wichtige Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Das dazu und dann machen wir weiter mit den wichtigen Tagesnachrichten. Ganz viele sind es nicht. Es ist wieder haufenweise aus der Richtung Einkaufsmanager-Indizes. Das heißt hier um 10.30 Uhr starten wir in Großbritannien mit dem Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe. Aus den USA geht es dann um Viertel vor vier weiter mit dem Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Danach kommt der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe mit der Beschäftigung. Das Ganze hier um 16 Uhr. Und dann gibt es am Abend noch vom FOMC-Mitglied Rosegarten eine Rede. Mal sehen, was das möglicherweise für Impact auf die Märkte hat. Das werden wir dann allerdings, wenn es welchen hat, dann morgen sehen. Also das zu den wichtigsten Nachrichten auf der heutigen Liste. Aber bitte nicht vergessen, wer tradet in die eigene Handelsvorbereitung. Bitte immer auch die zu den eigenen Märkten passenden Nachrichten mitprüfen. Nicht, dass das ungewollte Überraschungen bringt. Und wir gehen jetzt wenig überraschend in die Charts hinein. Wir starten auf der Währungsseite hier mit der Währung Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Interessant, was wir hier in den letzten Tagen gesehen haben. Und zwar einen Chart, der uns in Richtung dieses Widerstands hier oben reingebracht hat. Wir haben es ja gesehen. Hier unten hatten wir Ende Juli dieses schöne Spike Low. Der Markt hat mal wieder das gemacht, was er oft macht. Hier diese Widerstands- und Unterstützungsniveaus zu beachten. Hier unten war es die Unterstützung. Und da sind wir sehr, sehr schön abgeprallt. Und seitdem steigt der Markt unaufhörlich nach oben an. Und jetzt sind wir wieder relativ nah hier oben an diesem Widerstand bei 1,0705. Und da ist der Markt sozusagen am Freitag herangelaufen, ist nach unten gekommen. Das Ganze hat sich gestern am Montag sozusagen fortgesetzt. Und jetzt bleibt es oder ist es interessant zu sehen, was an dieser Stelle weiter geschehen wird. Wir haben hier wie immer zwei Optionen offen. Die erste Option ist die, dass sich diese Aufwärtsdynamik schön weiter fortsetzt. Das heißt, dass das jetzt hier nur kleine korrektive Phase war. Und der Markt dann tatsächlich den Angriff auf diesen Widerstand hier oben wieder in Angriff nimmt. Und dann das Ganze überwindet. Dann haben wir hier oben einen Anlaufbereich hier um dieses Spike High bei ungefähr 1,073. Und danach kommt hier schon das Ausbruchslevel, der Widerstand an diesem Ausbruchslevel hier drüben bei der Marke um die 1,0758. Das sind dann die Marker, die wir auf der oberen Seite haben. Kommt es allerdings nicht dazu. Der Markt wird schwach oder bleibt schwach, wie auch immer man das sehen möchte. Dann haben wir hier nach unten hin erst einmal dieses Level um die 1,062. Hier drüben sehen wir es auch. Das hatte immer wieder Relevanzen. Also schon mehrfach vom Markt ein beachtetes Level. Das könnte auch hier wieder Beachtung finden, wenn wir etwas nach unten laufen. Das heißt, dass sich die korrektive Phase weiter etwas ausdehnt. Und dann haben wir hier unten noch diese Marke um die 1,0535. Hier, ich habe es markiert. Da ist der Markt auch in einem Support-Bereich. Und das Ganze könnte mit angetestet werden. Wie schon gesagt, das als Rücklaufkurse. Hier drunter würden dieses Bild komplett aus dem Markt nehmen. Bis dahin wäre es reine Korrektur. Warum das so ist, das sehen wir schön im Stunden-Shot auch laufen. Wir sehen es ja hier, wie der Markt nach oben gelaufen ist. Und hier unten haben wir dieses relevante Marktlevel. Und wichtig ist halt etwas früher schon hier unten diese Marke, was wir hier an diesem Low haben. Das heißt, wir haben ja jetzt hier so leicht einen ersten Abwärtstrend in den Markt gehabt. Das war diese Bewegung nach unten. Jetzt läuft es nach oben. Und wie schon gesagt, wenn wir runterdrehen sollten, dann haben wir hier einen nach unten laufenden Trend. Das heißt, das wäre dann der Abwärtstrend, was wir hier sehen. Ansonsten, das, was wir momentan haben, ist einfach nur die korrektive Phase. Das heißt, hier steht die Entscheidung offen. Ein erstes Indiz, dass der Markt runter will, gab es, wie schon gesagt, gestern. Und leicht angefangen am Freitag. Aber in diesem Kontext ist das alles nur Korrektur. Entscheiden wird sich das Ganze, was oben passiert. Das heißt, ob wir tatsächlich hier oben drüber laufen. Dann setzt sich der Aufwärtstrend fort. Und dann haben wir eine gute Chance, weiter nach oben zu laufen. Und die Bereiche im oberen Bereich, die ich angezeigt habe, natürlich anzutesten. Beziehungsweise anzulaufen. Das wären dann relevante Marken für die Zielplanung. Und wenn das Ganze nicht passiert, das heißt, wir tatsächlich hier oben rumdrehen, beziehungsweise vorher rumdrehen, dann haben wir hier einen Abwärtstrend in der Stunde laufen. Und das wäre dann das Szenario, dass der Markt wieder hier in Richtung tieferer Korrektur läuft. Und dann stehen wir eher in Richtung Blickpunkt der Marke hier um den Support bei 1,0535. Das wäre die Marke hier auf der Unterseite im Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Also das hierzu. Und damit gehen wir mal rüber in den Euro-Britischen Fund, beziehungsweise auch den Nikkei. Wir starten mal mit dem Nikkei. Und den Nikkei habe ich heute mal wieder im Tageschart mitgebracht. Aktuell etwas kleiner zusammengerafft, damit wir das ganze Bild mal sehen können, worauf es mir hier an dieser Stelle ankommt. Und worauf kommt es an? Hier haben wir eine interessante Geschichte, eine interessante Situation. Wir sehen es ja hier. Der schöne Aufwärtstrend, den wir gehabt hatten von Mai bis Mitte Juni, wo der Markt dann hier oben rumgedreht ist. Nein, das war sogar Anfang Juli. Hier ist der Markt dann rumgedreht, hat sehr, sehr schön den Aufwärtstrend hier rausgenommen und ist komplett wieder in die Richtung nach unten auch tendiert. Dieses Bild wird hier im Wochenchart auch sehr, sehr schön ersichtlich. Wir sehen es, der Markt, der trendet hier runter und kommt jetzt sozusagen in einem weiteren Abwärtstrend wieder in Richtung dieses größeren Bildes, was wir hier oben drinnen stehen haben. Und da haben wir halt jetzt die Situation offen, dass wir den ganzen August in so einer Box, kann man sagen, hin und her geschwungen sind. Zwischen der Marke von 20.800 Zählern auf der Oberseite und ungefähr 20.050 Punkten auf der Unterseite. Also hier immer wieder dieses hin und her schwingen in dieser Box. Das ist zum einen immer wieder interessant für sogenanntes In-Range Trading. Wir haben hier eine weite, weite Trading Range. Das kann man gut nutzen von oben nach unten oder von unten nach oben. Da machen solche Strategien an dieser Stelle Sinn. Wenn man das Ganze aber mal als Box an solche betrachtet, dann haben wir halt zwei sehr, sehr wichtige Marker an dieser Stelle. Das ist wie immer die Oberseite und die Unterseite. Und je nachdem, wie sich der Markt entscheidet, präferiert er dann das eine oder das andere Szenario. Und an uns Tradern ist es nun gelegen, hier sozusagen die Szenarien zu gestalten. Und die Szenarien sehen wie folgt aus. Kommt der Bruch durch die Oberseite, dann wäre erst mal der nächste Ausgangspunkt, wo man ranlaufen würde. Hier dieses Level um die Marke von 21.050 Zählern. Schafft es der Marke drüber, dann ist der Weg frei hier oben bis ins Hoch vom Juli. Die Marke von 21.844, das war das Hoch, was wir oben markiert gesehen haben. Das wäre dann der Weg, den wir zur Oberseite haben. Dazu wäre dann eine bullische Auflösung dieser Box notwendig. Aber wir sehen ja, dass das übergeordnete Chartbild, ich grenze es hier mal ganz kurz ein, also das, was wir hier sozusagen am Laufen sehen, das ist der Markt, der hier zur Unterseite reingelaufen ist und aktuell in seiner korrektiven Phase ist. Das heißt, wenn der Markt hier aus dieser langen, langen Seitwärtsphase in eine Trendfortsetzung übergeht, das wäre dann natürlich das Szenario, dass sich dieser Abwärtstrend hier nach unten hin fortsetzt. Dann hätten wir als nächstes einmal den Anlaufbereich hier unten in diesem Support um die Marke grob über den Daumen von 19.300 Zählern. Und das ist, wie wir das im Wochenchart gesehen haben, ja auch eine Marke, die hat schon gewisse Relevanz. Ich zeichne das mal ganz kurz hier drüben ein, wenn wir hier mal in die Vergangenheit etwas rüberschauen. Das ist hier eine Marke, die fand schon oft Beachtung. Das heißt, das ist erst mal eine schöne Zielmarke. Ob es dann direkt runterfällt, das wird sich zeigen. Aber wir haben auf alle Fälle mal einen Anlaufpunkt hier stehen, der eine gute Marktbeachtung finden sollte. Das also hier zum Nikkei. Das nehmen wir mal kurz raus. Das brauchen wir hier nicht. Und damit gehen wir jetzt mal noch in die Währung rein. Das heißt, hier an dieser Stelle den Chart vom Euro-Britischen Fund. Ich muss ihn jetzt nur mal kurz reinziehen, dass ich das richtige Chartfenster sehe. Kurzen Augenblick. Euro-Britisches Fund. Da haben wir es. So, also schauen wir uns das Ganze hier mal an. Wieder etwas zusammengesumt und das Ganze hier mal kurz auf der Woche verortet, damit wir auch hier mal ein interessantes Bild zu sehen bekommen. Warum gehe ich hier in die Woche? In der Woche ist mir gestern in der Chartanalyse aufgefallen, wo der Markt angefangen hat zu drehen. Wir sehen es ja hier oben drauf. Der Deckel liegt bei ungefähr 0,92,8. Da kommt der Markt aktuell nicht drüber. Wir haben es gesehen. Hier oben wollte einfach kein Käufer mehr rein. Hier das Top haben wir sogar leicht drüber geschrieben, was ein positives Zeichen war. Wir hatten ja das Hochbereich bei knapp über den Daumen etwas über 0,93,2 da oben liegen. Und danach sind wir runtergegangen. Und was ich hier sehr, sehr interessant finde oder fand, nein, finde, so rum bleibt es hier, diese schöne Fahnenstange, die hier nach oben gelaufen ist. Und jetzt hier dieses Korrekturmuster, also einfach stark nach unten gelaufen. Und jetzt dreht der Markt plötzlich um. Das heißt, er nutzt dieses Support Level, um wieder an Stärke zuzulegen. Das ist eine Chance, die sich hier ergibt auf weiter steigende Kurse. Das heißt, wir sind ja jetzt sogar schon angestiegen über das Hoch der letzten Woche. Das ist ein eher bullisches Zeichen. Und das, wir sehen es hier, das ist ja auch eine bullische Flagge, wenn man das Ganze mal so sehen möchte. Warum ist das eine bullische Flagge? Wir sind hier im großen Bild weiterhin in einer Aufwärtsdynamik verortet. Starke Bewegung oben reingesehen auf der Wochenbasis. Und das Ganze geht jetzt hier weiter nach oben. Und das gibt uns dann natürlich die Chancen, Richtung diesen Widerstandes zu laufen. Nächster Anlaufpunkt auf der Oberseite wäre dann hier das Wochenhoch knapp um die Marke von 0,91, 8, 3, 8. Das ist das Hoch hier oben. Und dann natürlich hier der Widerstand bei 0,92, 8. Und das Ganze blicken wir jetzt mal auf Tagesbasis an. Und hier sehen wir es nämlich auch. Hier hatten wir so eine leichte Range. Und wir sehen es, Oberseite begrenzt bei 0,91, 2, ganz grob. Die Unterseite begrenzt bei 0,92. Jetzt laufen wir drüber. Und wie schon gesagt, wenn sich das Ganze schön nach oben hin fortsetzt, dann haben wir gute Karten nach oben weiter zu laufen. Wir sehen es hier, das wäre mal das Wochenhoch um die Marke von 0,91, 8. Und dann haben wir die guten Chancen, diese schöne Aufwärtsdynamik, die wir hier am Laufen auch haben, diesen schönen Aufwärtstrend nach oben hin mitzunehmen und hier ins Spike High reinzulaufen. Also hier, wo sich diese leichte Umkehr und dann hier diese Flagge ausgearbeitet hat. Das sind gute Chancen, die wir hier haben. Und das sollten wir uns auf alle Fälle als Trader nicht entgehen lassen, auf solche Dinge auch mal mit drauf zu schauen. Und das sehen wir hier also im Währungspaar Euro-britischer Fund hier an dieser Stelle. Und dann würde ich ganz gerne noch einmal schnell auf den DAX schauen. Den DAX hatten wir ja gestern mit besprochen. Wir stehen weiterhin hier oben. Das heißt, es ist das gekommen, was auch zu erwarten war. Wenn die US-Märkte geschlossen ist, man hält sich leicht zurück, weil man nicht weiß, wie die Amis entsprechend nach dem Feiertag in die Märkte reingehen. Aber was aktuell relativ positiv ist halt, dass wir hier nicht gleich in einen starken Abverkauf reinfallen, sondern der Markt sich wirklich hier oben drüber stabilisiert. Und ich denke, die entscheidende Marke wird sein, hier oben knapp die 12.000 Punkte. Wenn der Markt es schafft, darüber zu laufen, wäre es hier eine leichte Seitwärtskonsolidierung gewesen über die letzten Tage. Und dann haben wir wirklich die Karten offen, weiter nach oben mitzulaufen. Wobei wir auch immer das Risiko haben, natürlich erstmal wieder in die tiefere Korrektur reinzugehen. Das muss man einfach konstatieren. Aber wir haben halt die Situation aktuell an den Märkten, dass der Konsens eher von negativen Kursentwicklungen ausgeht. Und das ist ja immer interessant, weil an der Börse passiert ja sehr, sehr oft das, was die Allgemeinheit nicht erwartet. Und wenn alle erwarten, dass der Markt fällt und alle schon verkauft haben, dann haben wir halt häufig gute Chancen, dass wir genau das Gegenteil sehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo können wir hinlaufen? Und dann bleibt das Szenario von gestern deutlich erhalten. Das heißt, nächster Anlaufpunkt wäre dann hier oben dieses Ausbruchslevel hier oder dieses Trendbruchlevel, wie auch immer man das bezeichnen will. In diesem Sinne ist es die Nackenlinie der Schulterkopf-Schulterformation. Das wäre dann erst einmal nach oben hin der nächste Anlaufpunkt. Das sehen wir hier auf alle Fälle mit Kursen oben drüber, also über der 12.000-Punkte-Marke. Das bleibt also an dieser Stelle sehr, sehr spannend. Und dazu sehen wir auch wieder im Gleichklang den Euro. Und der läuft also hier eher nach unten. Das heißt, wir sehen hier den Markt momentan wieder in diesem Szenario steigender DAX, gleichfallender Euro. Das kann man auch gut zum Traden entsprechend mit nutzen. Das also zu den heutigen. Handel Sie den für die Marktvorbereitung. Danke für die Zeit. Fragen sehe ich jetzt aktuell keine. Das heißt, hier bleibt mir einfach nur zu sagen oder zu wünschen, gute Trades für den heutigen Tag und die Einladung morgen wieder pünktlich 38 hier mit mir zusammen in ein paar tickende Charts zu schauen, in ein paar schöne Handelsideen und dann den nächsten Move zu machen. Bis dahin allen gute Trades und Tschüss.